Also und das nächste Video aus dem wunderschönen Eislingen und zwar folgendes, die optimale Ernährung aus der Sicht der traditionell chinesischen Medizin und warum das so wichtig ist und warum das für Gesundheit sorgt. Also die letzten sechs Monate hat mich das Leben ganz schön gefaltet, durchaus wegen Corona, Lockdowns, wegen finanziellen Engpässen, dass man wenig Leute sehen konnte, man konnte sich wenig bewegen, es gab keinen richtigen Frühling. Dadurch ging es mir physisch, emotional, spirituell nicht so gut, aber vor allem körperlich und da habe ich auch ein paar Fehler gemacht und was mich wieder ins Lot gebracht hat, war, sage ich mal jetzt, Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin, aber eigentlich ist es auch eigentlich das, was man unter gesunder Ernährung versteht. Ich möchte aber trotzdem nochmal ein bisschen erläutern, warum das so wichtig ist und warum das dann auch Sinn macht, also nicht nur einfach bla. Also, was die traditionelle chinesische Medizin als, sage ich mal, gesunde Ernährung versteht, damit der Körper funktioniert, ist folgendes. Die geht davon aus, huch, was krabbelt denn da an mir rum, dass man sozusagen dreimal am Tag warm essen sollte. Jetzt kann man so denken, dreimal am Tag warm essen, warum und wieso, das ist jetzt die wichtige Sache. Euer Körper hat eine gewisse Körpertemperatur, euer Magen hat ein gewisses Verdauungsfeuer. Eure Durchblutung und eure Muskeln, also eure Durchblutung möchte top on point sein. Das, was ihr esst, sollte auch gut verdaut werden können, also ihr solltet keine Verdauungsstörung haben. Deswegen ist wichtig, was in euren Körper reingeht. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr euch den ganzen Tag nur von Leberkäse wecken ernährt, dass es eventuell zu Problemen kommen könnte. Oder wenn ihr den ganzen Tag nur irgendwelche Schokowaffeln esst, dass da irgendwelche Mangelernährungen oder komische Erscheinungen sind. Deswegen, ja, schon mal dazu. Und dreimal am Tag warm essen macht folgendes. A. Es ist schon ein bisschen so vorverdaut, weil es warm ist. B. Es gibt eurem Körper eine gewisse Wärme. Also es ist sozusagen schon gekocht. Es ist schon ein bisschen aufgebrochen, leichter verdaulich. Und es spendet euch einfach auch dann wahrscheinlich die richtigen Nährstoffe. Wir kommen gleich zu der Ernährung. Und euer Körper bleibt warm. Und das ist eine wichtige Sache. Ihr habt eine gewisse Körpertemperatur. Wenn ihr guckt, wenn ihr die Leiche anfassen würdet, was ich nie gemacht habe, aber ich wette, die sind ganz kalt. Und warme, lebendige Menschen, die haben wahrscheinlich warme, lebendige Hände und gut durchblutete Muskeln und eine gute Verdauung und lachen und sind stark und stehen breitbeinig und lachend mit beiden Beinen im Leben. Und ich möchte, dass ihr das auch habt. Und deswegen, also zum Beispiel die TCM schlägt da vor morgens. Also das ist jetzt die optimale Ernährung. Morgens etwas Warmes, zum Beispiel Porridge, also Haferflocken mit zum Beispiel. Und ich schlage jetzt keine Kuhmilch vor, weil Kuhmilch schleimend ist. Das ist praktisch so ein Lebensmittel, was kühlend ist und gleichzeitig auch reichhaltig und schleimend. Da müsst ihr euch nochmal einlesen, was das dann bedeutet. Aber sozusagen, das ist einfach so, das macht einfach Schleim in eurem Körper. Und in eurem Körper kann sein Schleim, Kälte und Entzündung. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Kuhmilch trinken würdet, die sehr kalt ist, aus dem Kühlschrank, mit noch extra Zucker oder so drin, dann ist der Zucker entzündungsfördernd und auch kühlend. Ein kaltes Getränk ist einfach kalt. Das muss euer Körper erstmal auffangen. Das heißt, eure Wärme wird praktisch subtrahiert. Im Sommer kann es Sinn machen, was Kaltes zu trinken, aber die TCM ist da kein großer Fan davon und ich auch nicht. Weil es eigentlich immer eure Körpertemperatur und euer Verdauungsfeuer sinkt und natürlich haben sozusagen Sachen wie Käse und Butter. Ich meine, ihr seht das Ding ja schon, wie es auf eurem Teller liegt. Das ist einfach eine große Schleimpampe und es muss natürlich euer Verdauungsapparat erstmal auseinandernehmen können. Je schleimiger und pampiger das ist, überlegt mal, ihr wartet zum Beispiel durch Wasser. Jetzt überlegt euch, ihr wartet durch Schlamm und dann am nächsten Tag wollt ihr das sauber machen. Und das ist das Gleiche. Wenn ihr das euch ab und zu gönnen wollt, alles gut, macht das und guckt, wie ihr darauf reagiert. Aber die TCM sagt zum Beispiel ein warmes Porridge, also irgendetwas, was reichhaltig ist. Aber ihr könntet auch, die TCM sagt das nicht ich, ihr könntet auch morgens zum Beispiel irgendeinen Reis essen mit Gemüse. Mittags genauso. Also die Mittagsmahlzeit sieht eigentlich immer irgendwie ein gesundes Kohlenhydrat vor, eine kleine Menge an Protein, ob das jetzt Fleisch ist oder Ei oder vegan. Und es geht immer davon aus, dass es warm ist und schön gekocht und natürlich Gemüse. Und Gemüse ist kühlend, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und wenn wir hier von kühlend und erhitzend reden, dann sind es manchmal thermische Effekte, die euch einfach wärmen und warm machen und eure Stimmung heben. Oder zum Beispiel Kälte kann auch ein bisschen drücken. Aber gleichzeitig gibt es auch, zum Beispiel Gemüse ist auch basisch, jetzt wollte ich hier schon mein Schwebeln durchkommen. Also Gemüse ist auch basisch, das heißt euer Körper übersäuert nicht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel stattdessen 20 Cracker und danach noch 10 Milchschnitten essen würdet, könnte es sein, ihr kriegt Sodbrennen oder so. Und gleichzeitig ist es auch alles sehr kühlend und schlammig und pappig und dann kommt es eben zu diesem Ding. Und dann abends geht die TCM davon aus, dass ihr zum Beispiel nur eine kleine Mahlzeit esst, damit ihr eben nicht so schwer auf dem Körper seid. Das heißt praktisch morgens habt ihr das größte Verdauungsfeuer, am Mittag ist es noch gut und am Abend nimmt es ab. Da möchte der Körper eigentlich nur noch zur Ruhe kommen und andere Dinge tun, eher soziale Kontakte oder ein kleiner Sport oder entspannen vom Tag. Und wenn ihr abends schwere Mahlzeiten esst, wie zum Beispiel eine Brotzeit, das habe ich jetzt lange gemacht, also im Winter, habe ich einfach stumpf, weil ich auch ein bisschen stumpf war, Brot, Butter, Käse, Wurst, alles direkt aus dem Kühlschrank und dann habe ich es hier unter dem Rippenbogen gespürt. Meine Galle hat da irgendwie ein bisschen gestreikt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die dann so zum Beispiel einfach mit diesem ganzen Fett, also die Galle ist glaube ich dazu da, Leber und Galle sind dazu da, Fett auseinander zu spalten und wenn dann abends eben immer so fette Sachen reinkommen oder zum Beispiel viel Brot, viel Kohlenhydrat, auch die Leber und Galle müssen auch das vor Stoff wechseln, dann denkt ihr immer so, boah ey, um 8.00 Uhr, 9.00 Uhr habe ich keinen Bock jetzt auf Überstunden. Ich dachte, wir sind jetzt endlich fertig für einen Tag und ich habe jetzt diese Suppe am Abend auch noch nicht gegessen, aber ich habe jetzt eingeführt abends zum Beispiel ein bisschen Rotkohl mir warm zu machen, das tue ich dann aufs Brot oder esse ein paar Reste vom Mittag oder zum Beispiel dem Letzten hatte ich irgendwie Reis mit Bohnen, mit ein bisschen Gemüse und einfach diese warmen Speisen machen tatsächlich glücklich. Ja, soweit. Also eher leicht essen, kleine Mahlzeiten essen, wenn es geht, warme Mahlzeiten essen, auf zu viel Rohkost verzichten, auf zu viel Süßes verzichten, eben diese ganzen Dinge, wo ihr schon wisst, dass sie jetzt nicht optimal sind. Ich wollte es deswegen gesagt haben, weil mehrere Sachen. Wenn ihr euch gut ernährt, funktioniert euer Gehirn und eure Klarheit tippitoppi. Und ohne gesunden Kopf und ohne klare Gedanken und ohne freudige Emotionen könnt ihr eigentlich nirgendwo hingehen und ihr könnt auch keine gescheiten Entscheidungen treffen, also keine guten Entscheidungen. Und wenn ihr krank seid oder wenig Energie habt oder ihr steht auf oder ihr seid lethargisch, dann war es das mit dem Tag. Dann könnt ihr nicht eure Träume verwirklichen oder die Dinge tun, die ihr wirklich tun möchtet mit eurem Leben, sondern ihr seid die ganze Zeit nur gefangen in dieser Schleife. Deswegen lohnt es sich ein bisschen, die eigene Ernährung zu investieren. Dann soweit. Ich werde unten noch ein paar TCM-Kanäle verlinken, deutsche TCM-Kanäle, die wirklich super sind. Ihr müsst es nicht übertreiben. Übertreibt es nicht mit der ganzen Gesundi-Zeug. Ab und zu müsst ihr auch was Normales essen oder wenn ihr mal Bock auf was Süßes habt, gönnt es euch. Aber wenn ihr angeschlagen seid und ihr seid auf meinem Kanal, dann nehmt euch das zu Herzen. Und keine Sorge, es heißt nicht, dass ihr für immer verzichten müsst. Ich werde dir noch ein paar Videos bringen. Und da ging es darum, mir ging es wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Und ich dachte, oh, kann ich das nie, nie wieder essen? Ihr könnt das schon irgendwann wieder essen. Ihr werdet es nur einfach nicht übertreiben. Und keine Sorge, ihr kommt wieder ins Lot. Versprochen. Noch eine letzte Sache. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach genau. Manchmal, zum Beispiel bei mir war es der Fall, ich habe sehr viele Jahre, als ich vegan geworden bin, habe ich eben total viel Banane und Reismilch und Haferflocken zehnmal am Tag. Deswegen, ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Imbalance im Entweder-Magen oder im Dünndarm, wenn ich zu viel Flüssigkeit esse, verbunden mit einer Sache. Zum Beispiel, ich habe gestern Haferflocken soaken lassen, also eingesaugt in Reismilch und das verträgt mein Körper irgendwie nicht. Also, der hat da Probleme, das aufzuspalten, fest von flüssig zu trennen. Deswegen, wenn ich fest und flüssig zu mir nehme, eher in simpler Form. Zum Beispiel, heute Morgen gab es einfach ein bisschen Reismilch oder Kokosmilch oder Mandelmilch mit irgendwas dazu, schon warm gemacht, damit ein bisschen Wärme drinsteckt in der Nahrung. Aber, also zum Beispiel Haferflocken oder andere Sachen, aber dass die sich nicht so voll sorgen. Weil sonst, bei mir ist es so, ich werde dann ganz groggy und ganz schwer und lethargisch. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, dass es total viele verschiedene Imbalancen gibt, die ihr euch sozusagen erschaffen könnt. Das ist meine und die habe ich halt so geschaffen, wie ich es jetzt gerade euch gesagt habe. Deswegen, es gibt ja meistens kein richtig oder falsch. Ihr müsst es selber ausloten, was mir sehr viel gebracht hat, ich für ein Ernährungstagebuch seit Dezember, da schreibe ich immer nicht. Also, manche Leute übertreiben es, bei mir steht einfach nur dran, 9 Uhr Reismilch, Haferflocken, plus was auch immer ich reingetan habe. Und dann später, wenn irgendwas passiert ist, schreibe ich das noch dazu. Ich schreibe meinen Stuhlgang dazu, ich schreibe mein Mittagessen dazu, wie zum Beispiel Reis mit Erbsen, Paprika, eingekochtes Ei, fertig. Also, übertreibt es nicht mit jeder verschissenen Ingredienz, weil sonst hört ihr auf, dieses Tagebuch zu schreiben. Das muss easy peasy gehen. Also, wir sehen uns.